So, und hier bin ich auch schon wieder bei der Scheiß-Mission. Wenn dann mal ein Buch kommen wird, könnte ich anfangen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Jetzt kann ich ja drauf laufen. E, F, als nächstes kommt G. G. H, dann kommt I, und dann kommt J, und dann kommt K. Dann kommt J, dann kommt K, und dann kommt zum Abschluss noch das, und dann haben wir es. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, das ist doch schon viel einfacher, oder? So, dann gehen wir. Nämlich hier hin. So. Dann gehen wir erstmal nochmal zu Goofy, und sagen ihm Tschüss, und wir geben ihm was. Hier, bitte, Goldbarren. Hier kriegst du eine Bohne, danke. So, als nächstes gehen wir dann hier unten rein, zu den Böhren. Hey. Hier. Danke. Hier, da hast du eine Bohne. Könnt ihr alles lesen, wenn ihr wollt, so, dann noch Daisy, hi, ich hab hier deine Glasschuhe, bitte schön. Oh, du hast es gefunden, vielen Dank, hier hast du noch eine magische Bohne. So, als nächstes müssen wir tatsächlich hoch, zum Tower, zu Donald, dem, oh, dem Arschloch. Hier, hier hast du dein Buch wieder. Oh, vielen Dank, hier hast du noch eine Bohne. Und zum grönen Abschluss noch zur Missgeburt Nummer 1. Hey, hier hast du deine Brille wieder. Oh, du hast die von vielen Dank, hier hast du noch eine Bohne. Hey, was willst du mit zu vielen Bohnen, du Arschloch. So, dann gehen wir hier hin. Hey, ich hab alle, jetzt kann ich mir was wünschen. Also, ich muss es ganz laut, äh, sagen. Ich wünsche mir, dass, äh, dass ich weiß, was das ausgelöst hat, oder was? Äh, so. Naja, auf jeden Fall hat er sich jetzt gewünscht, dass wieder alles normal wird, oder dass er halt weiß, wie das Ganze passiert ist, damit das das nächste Mal nicht mehr, das ist das nächste Mal nicht mehr passiert. Oh, wir sind im Wolkenpalazzo, yeah. Was ist das? Wenn ich den Giganten aufwecke, dann kann ich endlich wieder raus hier aus dieser magischen Welt. So. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Wer hat sich diesen scheiß Trick ausgedacht? Die Leute, der bleibt in der Mitte. Ne, warte mal. Nein, der kommt dein, der kommt dein. Der dein, der dein, der dein, der dein, der dein, 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 der dein. Ne, der dein. Dein, 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 dein. Dein. Dann haben wir schon mal hier fast die Hälfte. Dann müssen wir... Das so runterbringen. Moment, hab's gleich. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht, aber... Und das war's. Hm? Äh, hey, warum hast du mich aufgewirkt? WTF, du wichsendes Hurenkind. Nein. Nein, ich hab'n Rewind. Nein, das... Ja, das war ich. Ah, vielen Dank. Ich hatte den komischsten Traum, den ich immer hatte. Ich, äh... Und ich konnte nicht aufwachen. Yay. Was? Oh, ich bin eingeschlafen, als ich das Buch gelesen habe. Aber ich will wissen, wie es endet. Und sie lebten glücklicher. Und sie lebten danach. Alle glücklicher. Für immer glücklich. Keine Ahnung. Wie end? Äh, was? Und wir haben's durchgezockt, dieses scheiß Minispiel, das doch noch ein paar Parts hat. Dafür mach' ich jetzt. Aber kein extra, keine extra Playlist. Das hier ist ein Mini, deswegen... Oh, meine Ohren. Ja, das kommt in die Mini-List. Ist das jetzt unendlich oder was? Ei, am Anfang nie auf Mittelspielen. Wenn ihr das auch schwer durchgezockt, dann schickt mir ein Video. Vor allem das mit den Büchern. So, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao, Leute.